Wenn es euch gefallen hat, Bewertungen da lassen, damit ich sehe, welcher Spielmodus euch am besten gefällt. Es gibt ja viele verschiedene PvP-Modi und anhand der Bewertungen kann ich sehen, was ihr am meisten mögt. Und das werde ich dann dementsprechend öfter machen. Hallo, da sind wir wieder bei Endergames. Mal eine rote PvP auf dem GOMM-Server, als das Kit Vampir. Nein, Blödsinn, nicht Vampir, Suppenmeister. Und da dachte ich mir, ja, das kann man auch mal wieder spielen, das ist jetzt schon lange her, dass wir das letzte Mal gespielt haben. Alter, wie schnell haben die die Kisten gelootet. Impftwix, I call Impftwix, da vorne ist eine Kiste. Ja, was Suppenmeister kann, ist es einfach so ähnlich wie bei MC PvP. Nein, meine Dias, ha, 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 meine Dias. So, also es ist so ähnlich wie bei MC PvP. Ich kann die Suppen halt instant essen und das heilt mich. Nur, sie heilen halt nur um drei Herzen, glaube ich, oder dreieinhalb. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Bei MC PvP sind es halt vier. Hier ist nirgends irgendwas, okay. Dann hole ich mir mal Ebenen mit dem Holz. So, ziemlich viele Menschen auf diesem Server. Ah. So, so. Nein. So, unten die erschwert. Naja, mehr kann ich mir eh nicht machen. Das ist nicht so toll, aber da kann man nichts machen. Nehme ich mir das jetzt eben noch mit. Vielleicht brauche ich das irgendwann mal demnächst. Wenn ich mir was Neues craften will, zum Beispiel. So. Wow. Chill mal. Doppelkill. Oh, der will mir Headshot geben. Oder hat der einfach so einen Bogen gehabt. Es gibt nämlich auch ein Kid, das kann Headshots machen. Das ist dann... One-Hit, glaube ich. One-Hit, glaube ich. Alter, Schafe schreckt mich nicht so. So. Essen wir uns kurz was. Machen wir uns kurz eine Chestplate. Wir haben ja die Zeit. So. Noch was? Da kann ich mir noch Schuhe machen. Und da noch einen Helm. So. Bogen vielleicht hier noch runter. In den Wassereimer. Man kann ja nie wissen. Gut. Das war ja schon mal richtig krass jetzt. Da ist der nächste Gegner. Schauen wir mal, was ist hier drin. Nichts Speziales. Okay. Nein, gib mir das. So. So ist gut. Guter Junge. Wo ist er? Hör auf, wegzulaufen. Ich krieg dich eh. Jetzt müssen wir beide. Oh, da kommt jemand, der ein bisschen besser ausgerüstet ist. Da ess ich lieber vorher noch was. Oh, okay. Er ist ausgerüstet hin und her. Das war wohl nichts, mein Freund. So. Ups. Ich werde ver... Knockback. Wow. Das ist der nächste Gegner. Da hinten. Oh. Seriously. Finde ich nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. So. Da ist ein Verzauberungstisch. Komm schon. So. Schaut. Nice. Wunderbar. Ähm. Ist die Kiste gerade gespawnt? Ja. Oder? Nein. Nein. Die war schon da. Ja, genau. Die war schon da. Gut. Trapeln wir das Tierschwert hier mal. Das brauchen wir nicht. Wir kriegen nichts für eine Hose. Please. Ich will doch nur eine Hose haben. So. Holen wir uns den Typen dahinter dann auf jeden Fall mal. Den ich hier tracke. Da oben ist der Name. Er wird schon sehr bald tot sein. Oh, lol. Echt jetzt. Ich wurde mit ihm geswappt, glaube ich. Nein. Wieso? Dieses Spiel, das macht mich traurig. Als hat ihn jemand gekillt. Um sich den töten, der ihn getötet hat. Challenge accepted. Los geht's. Los geht's, los geht's, los geht's. Ich nehme übrigens ab heute, glaube ich, im Voraus auf. Also nicht wundern, wenn ich irgendwie immer dieselben Sachen anhabe oder irgendwas gleich aussieht. Weil ich bin eine Zeit lang weg. Wieso glänzt meine Stirn so komisch in der Kamera? Aber das fasziniert mich. Also ich bin vom 18. bis 23. Nämlich auf Sommersportwoche. Und da kann ich dann halt logischerweise nichts aufnehmen. Geschweige denn, rein und hochladen. Und deswegen muss ich dann vorproduzieren. Hier war ich doch am Anfang, oder? Ja, hier war ich am Anfang. Ich erinnere mich zurück. Wow. Kollege. Ruhig. Ruhig, Bruder. So. Hose geht immer noch nicht. Ah, geil. Hose läuft bei mir nicht so. Da brauche ich nichts von. Oh, die Kiste ist gerade despawned. Super. Mit 20 Blöcke habe ich erstmal meine Ruhe. Es geht wieder keine Hose. Kann alles rein. Das brauche ich alles nicht. Is, is, is. So, jetzt hier in der Ender-Chest irgendwo, wo ein bisschen Eisen drin ist. Eines reicht mir schon. Wirst mir doch wohl einer Eisen geben können, oder? Spiel. Ich kann mir eine Goldhose machen, aber ich will eine Eisenhose. Ja. Es ist halt viel besser. Also ist jetzt Eisen drin. Ein Eisen. Dankeschön, Spiel. Jetzt brauche ich mich bitte nicht. Dankeschön, Spiel. Ja, passt. Wunderbar. Dann suchen wir uns unser nächstes Opfer. Das in diese Richtung liegt. Es gibt Instant-Health-Potions. Lol. Das ist mir aber neu. Oh, den Opfer kann ich auch noch mitnehmen. So, gönne ich mir. Das ist Instant-Health-Potions. Gibt es möglichen. Ist es Poison 1? Ja. So. Ich habe auch neulich eine Swift-Niss-Potion gehabt, glaube ich. Aber halt eine Einser. Aber trotzdem. Interessant. Wusste ich alles nicht. Oh, lol. Ja, echt jetzt. Dieser Tausch. OP. In die Richtung einfach. Okay. Oh, der kommt her. 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 Bleib da, ich hasse Delfine, muss essen, super, läuft der einfach vor mir weg, was fällt dem eigentlich ein, so, komm her Kollege, okay, ist das der letzte oder war da noch ein anderer, der Typ ist, ist das nicht der Delfin, war das der Delfin, der Delfin hatte doch Goldrüstung, oder, auf jeden Fall habe ich seinen Goldapfel, das macht mich glücklich, relax, Mama, nein, das ist nicht der, es gibt noch zwei, okay, wahrscheinlich wird der jetzt eh gleich getauscht, ey, das ist der Delfin, oder, nein, das ist nicht der Delfin, immer werde ich getauscht, wieso kann nie der getauscht werden, jetzt bin ich wieder am Arsch der Welt, Mann, ich finde das nicht gut, was haben wir hier, bisschen Zeugs, so, tötet euch bitte wenigstens nicht, ich will die Kills haben, das ist ja behindert, bisschen Essen wäre ganz gut, ich habe nichts mehr, ich habe einfach nichts mehr zu essen, das ist echt nicht gut, oh oh, voll die Essensprobleme, ich glaube, nächste Runde spiele ich einfach mal das Hunter-Kit, dann habe ich das nicht mehr, das Problem ist, ich habe nicht mal ein Feuerzeug, womit ich die Hühner hier grillen könnte, das rohe Hühnerfleisch will ich nicht essen, ich meine, ich glaube, ich glaube, es wäre besser als nichts, aber, da haben wir Schweine, das kann mich halt immer noch hungern lassen, das ist das Problem dabei, ja, toll, so, wehe, du droppst jetzt nicht drei Stück, los, eins, supi, das sind aber noch mehr Viecher, wenn ich jetzt getauscht hätte, Mann, dann rass dich auch, dann, dann gibts aber jetzt auf die Fresse, so, oh, der kommt zu mir, oder? Ja, der kommt zu mir, endlich kommt man wieder zu mir und ich muss nicht zu denen gehen, das finde ich aber sehr sexy von dir, mein Freund. Wow, really? Nein, den esse ich mir jetzt nicht. Aber dieser Swap gerade, also, dass ich, dass der einfach weg läuft, ist richtig gut von dem. Ist der anreichend bei mir, ist die Frage? Ja, war halt, war halt. So, jetzt stirbst du endlich, du dummer Delfin. Geht doch. Ich mag Delfine, überhaupt nicht. Das Nervigste geht überhaupt, finde ich. So, dann essen wir uns das. Gibt's ne Ender-Perle für dich. Und dann stirbst du. Komm schon. Ja. Okay, GG. Connection. Ja. Easy. Okay, ja, ich denke, das war's mit der Folge. Und denkt dran, ich werde es im Voraus aufnehmen, also nicht wundern, warum irgendwas so ist, wie es ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, Bewertungen da lassen, damit ich sehe, welcher Spielmodus euch am besten gefällt. Es gibt ja viele verschiedene PvP-Modi und anhand der Bewertungen kann ich sehen, was ihr am meisten mögt und das werde ich dann dementsprechend öfter machen. Aber momentan halt alles so ein bisschen wiu, wischiwaschi. Okay, gut, dann bis zum nächsten Mal. Hau da rein. Tschüss.